ja und somit wieder ein recht herzliches hallo zu ride 2 wieder mal eine runde hier und zwar ich will heute mal hier hypersport experte fahren und war die open days von ducati denn da können wir hier am nürburgring fahren so dann sind wir noch unsere rote garnitur fahren auf die schnelle zack ich will aber hier ein schnelleres und zwar die 1300er panigale zulegen und da oben steht es auch schon die ist aber auch nice aber die ist zu langsam da ist ein rennumbau verfügbar wenn wir es wollen für ein 30er über 160.000 ja das werden wir uns hier genehmigen so die wird mächtig abgehen dass wir heute jetzt machen jetzt haben wir es einmal tunen und herrichten und dann werden wir noch die runde am nürburgring glaube ich fahren und dann schauen wir mal wie spät das ist ja möchte ich jetzt dann wollen wir auch noch weil wir können bis 984 lps drauf gehen und am nürburgring ist mit 719 dann fast 300 lps zu wenig glaube ich das wird schwierig vor allem auf den geraden glaube ich höchstgeschwindigkeit 8,4 aha moment einmal von der leistung her auch beide sind zwei zylinder 900 kb kammer aber da machen wir da neuen 719 lp nur das ist eine höhere höchstgeschwindigkeit 8,4 moment einmal das ist einmal seriemäßig jetzt werden wir mal umbauen so für die es wissen wollen schauen wir uns einmal an den rennumbau was da gibt auch du scheiße schaut das geil aus schwarz muss jetzt nicht sein aber da geht es überall nach oben und da sind wir fast überall dann top was kostet der spaß überhaupt 200 das werden wir vielleicht ganz am schluss einmal ein geldcheat machen wenn wir nicht zu viel haben und dann werden wir sich mal alle rennumbauern noch kaufen zum schluss vielleicht schauen wir mal ja schaut auf jeden fall geil aus jetzt keine sponsoren in dem sinne drauf aber gut haben wir mal gesehen passt so dann noch lackierungstechnisch ach so die kann ich gar nicht umlackieren oder was weiß und so oder was oder so was definitiv wegkommt ist einmal die nummertafel und die rückspiegel muss einen überkriegen so das andere lassen wir hier das passt so motor tuning 204 ja da geht es gleich mal richtig zur sache das kostet natürlich auch wieder geld aber gut da können wir nichts machen hoppla wir können mal schauen wo wir sind von den punkten her ja da geht es schon auf 235 ps rauf so jetzt mal den geilen auspuff noch was haben wir da leistungstechnisch ist gleich agrapovic nehmen agrapovic ölwechsel brauchen wir keinen so frischen kettensatz drauf renn getriebe rein hier keine ahnung was das für ein unterschied ist habe ich es nicht genau gesehen so dann natürlich was nehmen wir da für eine farbe mit den bremsschleichen ja gelb ist der ganzen moment ist das nicht die ah nein das war drüben ach schon haben wir drin haben wir drin so da sind wir schon auf 900 ja die brems ist natürlich extrem so da weiter hinten auf 924 genau die bremssettel also machen wir das hin machen wir das hin hm was machen wir das machen wir in machen wir in machen wir in rot scheibe noch dazu 940 yes 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 fahrwerk rein wie kommen die auf die auf die auf die anderen leistungspunkte können ja ach so haben wir auf die reifen genau so jetzt allerwichtigste ist einmal ein slick so jetzt sind wir aber ganz böse hier dabei mit dem motorrad 980 mit der felge mit der wohl die mit rot geil ausschaut aber 89 welche farbe nehmen wir noch rot passt nicht wirklich ja auch nicht so geil moment ja gelb wird noch rot ist auch nicht wirklich dann eher noch weiß oder ja 89 sehr schön jetzt haben wir alles jetzt kann es losgehen nach sieben minuten starten wir endlich ins rennen und wenn ich es richtig gelesen habe die ganze runde um die urmer Nasten das kann jetzt lustig werden wir gehen mal auf leicht schauen wir uns mal erst ein paar kurven an hier jetzt habe ich gar nicht geschaut dass das starter fällt uauiuiuiuiui Ja, springen wir gleich mal weg. So, was ist da los? So viel Kraft, dass da immer die Traktionskontrolle eingreift wahrscheinlich. So, nur mal hier ein bisschen einschießen drauf erst. Ja, sorry Leute, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die 60 FPS wieder eingeschaltet habe. Aber ich schalte sie die ganze Zeit aus und ein, denn es braucht zu viele Ressourcen. Und bei Spielen, wo ich nicht fahre, habe ich die 60 FPS ausgeschalten. Wo man es nicht unbedingt braucht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vergessen habe, hier wieder einzuschalten. Ich bin mir nicht sicher. Sorry, wenn doch. Dann versuchen sie es das nächste Mal wieder reinzubringen. Wuuuuh! Irgendwie ist es mir ein bisschen unruhig im überhaupt. Noch einmal. Was ging da, Chief? Die hat ja keine Ahnung. Ich gehe mal vor ein bisschen vom... Oh! Aber der muss mir ja extrem vorsichtig fahren. Die ist ja extrem giftig. Jetzt weiß ich auch, warum die nicht ganz so schnell unterwegs sind hier. Weil sie alle ein bisschen defensiver unterwegs sind. Wenn es vom Anbremsen ist und wenn es so ein bisschen mit Hügel und so ist. Aber noch einmal, was wir vorhin Stutz sagen wollten. Sorry, falls jetzt dieser Part nicht 60 FPS ist. Ich vergesse jedes Mal wieder zum Nachschauen vor der Aufnahme oder öfters. Aber so dramatisch ist es dann nicht. Außer hier meine Fahrt. Was ist hier los? Was ist hier los, Freunde? Na, ich muss den Bilanz-Sicherheits-Ding reinbringen, weil sie auch am Anbremsen extrem unruhig ist. Wahrscheinlich wäre mit meiner Langsamer-Rennen oder mit der 700 LP, die wahrscheinlich sogar schneller. Oder mit dem Standard. Weil es ist einfach die... Setup zu hart oder irgendwas vorne, hinten. Ich gebe am Motorrad nicht so gut aus. Irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Oder muss ich mich jetzt drauf ein bisschen einschießen oder drauf gewöhnen? Ich weiß es nicht. Versuchen wir mal hier und wo es... Allwegs zu fahren. Ich glaube, wir bringen die Kraft gar nicht auf die Straße irgendwie auch. Das ist auch nochmal ein zusätzliches Problem. Das hat die Petite mit diesen Endurance-Maschinen eigentlich nicht. Also irgendwas... Hau dir nicht ganz hin, bei der Maschine. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Ich bin ja schon ein bisschen am Nöbergring auch gefahren. Also... Na ja, jetzt hier oben geht's wieder. Ich glaube, unten haben wir einfach zu viel Kraft und wir bringen es... ...dann irgendwie nicht wirklich auf die Straße. Bei Tepper müssen wir doch den Renumbau machen, dass wir das da alles... ...dop eingestellt ist. So, den Kollegen müssen wir auf jeden Fall überholen, denn... ...Podiumsplatz ist wichtig. ... ...Metalli hast du hier. Boah, da kommt er noch einmal. Aber irgendwie habe ich mich jetzt auch ein bisschen dran gewöhnt und habe mich ein bisschen eingefahren. Sprache und lag auf der Nase, oder wahrscheinlich? Aber wenn er jetzt ein bisschen ruhiger unterwegs ist... ...gute eine Hügel am Anfang, dann noch die andere Welle. Ja, ja. Scout da vor uns und Smith. Australi und der Amerikaner. Kann man sich jetzt keine Italiener fahren. Aber ich komme gerade von Onboard. Geht's auch ein bisschen besser, wie von außen. Mit der Maschine. Da habe ich gerade ein bisschen mehr Feeling. Gewisse Art und Weise. Ah, das wird ein bisschen schwierig. Da würde ich uns mal hier drüber rollen lassen. Also besser haben wir Maximum. Schauen wir mal, Töttinger Höhe schneller sind wie die anderen. So, den Kollegen hätten wir mal fürs Erste. Töttinger hier kommt gleich. Ah, das war jetzt wieder unruhig. Das war wieder unruhig. Man hat anbremsen und hat mir gleich... Das habe ich gleich gemerkt. Das habe ich gleich gemerkt. Oh, 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 oh. Ah, das war der Ausgang nicht gut, glaube ich. Shit. Wo ist er? Da ist er. Sehr gut. Der hat aber die gleiche Maschine wie wir, oder? So, wir haben aber die komplette Power. Schauen wir mal. 3.10, 3.11. Guck mal. Ja, wir kommen näher hier den Kollegen hier. 3.10. Aber jetzt wird es dann kritisch. Ich sehe mich schon zurückspulen, wenn wir da irgendwo abfliegen. Boah, das ist mir irgendwie so seltsam, wenn ich da am Körper komme. Ich weiß nicht. Ah, jetzt geht nichts mehr, glaube ich. Aber er vorne macht noch einen Fehler oder so. Nein, jetzt kommt er nochmal durch. Fuck, 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 fuck. Nein. Verdammt noch einmal. Shit. Gut, zwei oder drei ist schon egal. Wenn, dann wäre es das Sieg gewesen. Hat uns der noch mal hier nass gemacht zum Schluss. Naja, okay. Okay, das waren auch alles die gleichen. Bis hier einmal Anita Perez mit der Desmos Sedici RR. Desmos Sedici RR, was ist denn das für eine? Normale. Ah, auch einer mit der 899er Panigale, aber mit 11 Sekunden Rückstand. Also, aber möglich wäre es gewesen. Wäre durchaus interessant, mit der mal eine Runde hier zu fahren. Wollte ich dann direkt einmal testen, glaube ich noch. 16. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Vielleicht können wir noch etwas Schnelles fahren. So, hier fahre Julian Gruber auf 135. Hm. Medaille. Das ist mir das Wichtigste. So, was könnte man noch fahren? Was ist noch geil? Imola wäre nice auch. Sierra Nevada. Helenentürme, weiß nicht. Da, äh, Ding. Glaub ich, muss ich jetzt auch nicht. Ah, das wird auch lustig. Scheiß drauf. Fahren wir Sierra Nevada. Gehen wir da noch rein, hier. Dass wir nicht zu kurz den Bart haben. Bike-Einstellungen. Federung. Vielleicht kann ich da irgendwas. Ja, ist ja alles im Prinzip auf Standard. Geh einmal überall zweimal ein bisschen weicher. Aber man soll meistens ja nicht zu viel tun. Einfach nur mal eins und dann mal schauen, was sich tut. Die Federhärte mal ein bisschen. Weicher geben. Für mich jetzt einmal. Moment einmal. Getriebe. Lassen wir hier mal auf Standard. Ist ja egal. Wobei ich nicht glaub, dass wir hier... Na ja, schauen wir mal. Ohne langer Geraden könnte man fast ein bisschen runter. Aber es ist eigentlich auch sinnlos, die bringen hier eh nicht die Kraft auf die Straße. Der Sport schaut geil aus, auf jeden Fall. Ah, die anderen springen aber auch alle. Ja, ich glaub, hier tu ich mir wieder leichter, weil die Straße schöner ist und ebener. Am Nürburgring muss man generell ein bisschen weicher abstimmen, glaub ich auch, zusätzlich. Oh, fuck. Ja, hier wieder gar kein Problem. Da hätte ich können auch die Dämpfer jetzt lassen, wahrscheinlich. Oh, da hinten der Staudamm oder was. Und die schaut auch geil aus. Hier, sehr rennen Wader. Das geht noch gar nicht so wirklich. Haben wir aber schon einmal. Wenn, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ob die schaut auf jeden Fall geil aus. Smith wieder hier am Start. Ja, und absolut keine Probleme, außer vor allem am Start. Boah, da war er aber ziemlich knapp. Boah, da kann man schön durchziehen, aber hui, hui, hui. Wie gefährlich da zwischen den Schluchten durch. Zwischen den Felsen. Boah, die lange Zogene ist auch nicht einfach. Ah, da ein bisschen Schwung mitnehmen. Das kriegen wir hin, hier, 1,50. Eine gute dreieinhalb Minuten ungefähr, oder? Wenn wir es nicht ganz verregnet haben. Ja, man sollte nicht so wieder auf die Uhr schauen. So, ich würde sagen, das wird ein Screenshot. Sehr schön. Und noch einer. Ich wollte eigentlich in die Onboard, genau. So, da hinten war mir schon ein Riesenrückstand. So, da hinten war mir schon ein Riesenrückstand. Die Passage da, wo es voll durchgeht, im Prinzip, ein bisschen lupfen muss ich auch. Boah, da ist rot noch die Linie, gehen. Und noch eine kleine Kurve. Aber jetzt, und jetzt geht es in die letzte Runde. unsere Ducati. Die schiebt ja noch eine hier bei 2,50. Das ist ja unfassbar. Boah, schon wieder. Hinten ein bisschen gestriffen. So, jetzt kommt ja gar nicht wieder die schnelle Passage. Das war hier. Das war hier. Ja, sorry nochmal zum Schluss, falls es kein 60fps ist, wenn doch, dann passt eh alles, aber ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe es vergessen. So, jetzt aber Start und Ziel, das nächste Mal passt es dann wieder, sehr schön. So, wunderbar, der Sammler, neues Abzeichen, ja. Haben wir noch eine Dokumente geleistet, Renntier-Auszeichnung. So, boah, 7,7 Vorsprung auf die Panigale. Perfekt, somit darf ich mich bedanken und verabschieden. Das war's wieder mit einer Runde, right? Und, ja, wir sehen uns das nächste Mal, vielleicht machen wir hier weiter, wenn nicht, muss mir was anderes einfallen, mal schauen. Gut, bis zum nächsten Mal, danke, ciao, ciao. Gut, bis zum nächsten Mal.